okay wir müssen überzeugungsarbeit leisten hi wie heißt der mittlaner mega man i'm a super mittlaner main best but i do very macho bad worst at everything else can i mit please sir free elo please sure mate thanks 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 a lot we got this tanks nämlich pike mit pike mit broken after last patch so geh support listen einfach sie ist free win leute wir haben pike mit lane und listen support ja ok leute wir geben jetzt gas wir müssen jetzt gas geben wir karen jetzt heik wurde ja gebaft also geändert die lethality wurde er deswegen machen wir jetzt das lethality ultra gg well play gameplay wir kommen der denkt so ja er braucht nicht dort schon deswegen nehme ich jetzt den da naja denkt jetzt so lol der kann ja gar nichts das ist das richtig weil der steht da wie sonst das ist schon der ich glaube der ist der ist nicht ganz helle ich sage euch der ist nicht ganz helle oh jetzt wäre eigentlich perfekt hin zu können hier sind nicht viele menschen oder wir gehen hier für den kill ich komme bro ich bin erst level 1 hä wo ist unser jungler bro ok ich darf so ich helfe unserem jungler bohr ja unser jungler zu sich gar nicht dafür so dann halten wir uns mal wieder ein bisschen wir müssen erstmal pushen lassen und dann holen wir uns den leute ich könnte ihr für den kommte mir kein helio ja aber er war eine bombe well jura bombe jura bombe ich dachte auch ich kann mich vielleicht noch heilen ich habe halt meine weh noch nicht gehabt ein bisschen glück und glück aber ohne ohne doppelkür hätte ich nicht gekillt aber jetzt potenziell würde ich mich jetzt sofort da sehen aber auch die kanone würde ich noch gerne haben na rip alter ja also aber ich konnte es war der speer hier hast du noch irgendwas macht was macht was ich habe nichts macht was macht was ich hab nichts auto tech ja schön cool schön 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 free very free das ding jetzt sobald wir halt so ein bisschen im game sind rastet hat lethality pie komplett aus leute wir brauchen aber auch ein tire matt fällt mir ein lethality dirk in total mit das heißt wir gehen noch mal shoppen können noch mal zwei schwerter kaufen fokussiere mich mal wieder aufs gameplay dass ich mich schon auf meine nippel fokussiert das kann ich verstehen wir sind auch sehr erotik ob man schuhe ich glaube wir gehen noch mal für richtig der menschleuder mit der gleich komplett seine haare verliert ich meine er hat schon keine besuchen aber wir uns ja wir sind jetzt level 6 und dann können wir uns den leute wenn wir executen jetzt wahrscheinlich komplett aus dem leben raus wir können auch botlenraum die sind level 4 oder so level 5 ok oh ich komme mal hier naja das ist schon da kommt schon ganz ordentlich denn ich muss da kommt noch nicht mal voraussetzung das wichtige ist ihr müsst place machen können das hier zum beispiel war kein play aber wir können auch ohne holten auf die unruhe wird es echt hart leute aber fahren wir jetzt noch ein bisschen fahren ist gar kein ding für mich einmal durch zack sollen wir auch noch mal eine e durch ich hoffe der kommt nicht bleibt da hinten stehen kommen der fliege voll macht eine weh auf mich kommt macht vermacht ja jetzt nicht mehr da jetzt nicht ja ok ja ok aber nice damage brau also pokest ein bisschen ekelhaft gebe ich zu aber wenn jetzt wir machen das big play ich habe halt keine holz aber big play ist da quasi auf der rennt schon wieder die place in camming ja ok ist dann viel ist da auto tech in zu knall in zocke ich hab noch eine cubo aber hier was passiert eigentlich in der mitte gerade kurze frage was passiert hier eigentlich schon wieder ganz kleine frage was ist hier schon wieder los aram reloaden leute ist einfach wenn wenn die komplette bot wird vier leute bei minuten acht in der mitte sind dann weißt du dass tobi wieder mit landpick gepickt hat markt nicht wir haben jetzt und leute wie immer ich zeige euch jetzt wie wir den komplett auseinandernehmen aber die frage ist ob die mein tun wir machen wir müssen kaum der mit den wollen machen auch jetzt meine weh so was auch was auch werden leider leider jetzt können wir noch mal geil die minions farben bei pike mit dem sprung mit dem e immer ganz zum ende flash wenn wir noch eine wave dann gehen wir noch mal gucken ob wir bot lane gehen naja gut fast work fast work ich komme ich habe leider keine holte es wird echten dream ich brauch schuhe leute sind viel zu langsam hier verdammt ich sehe uns ich sehe uns auf dem big play auf einem richtig dicken quick play wir bräuchten aber ein push ja das hat getroffen safe na gut ja das natürlich jetzt am pushen wir mal vielleicht kann er sie ja beten noch komplett hier für den bait ich hole sie leute ich hole sie ja okay jetzt hat er seine kür aus rippt ja wir haben sie gegettet jetzt noch weg allen kommt da ich bin einfach drei stunden am stehen aber ist okay wir haben so guck mal ein schuhe schwerter ich glaube wir kaufen cdr schuhe mal oder so wirklich schnell wir kaufen sie schnell so naja das ist dann guckt euch das an leute guckt euch einfach mal den damage an guck mal du brauchst kaum damage drauf machen zack kannst du ult machen 3 moment ich muss erst mal ein place von lol aber hat sich resettet ist okay leute auf was hast du nicht gemacht dafür tüde ich erst mal sie jetzt das ist tot da ist ein clean leute komplett clean bei bei der war genau in exekut range so Millimeter genau besser ging es gar nicht hier ich hab noch old boy und lol insane clean mehr clean ist nicht drin leute ab wobei der bei der da intet gerade in der mitte er enttet aber sowas von heilige scheiße Domination und jetzt in den jungle rein machen wir die vögel jetzt aus frust vögel leute Alter ich werde geblockt die kriegt denn bestimmt bei meinem glück ich hab sie ja noch dafür Millimeter verdammt was oh ja ok later Alter ich mein jenner kann ich bei 70 prozent hp exeq das ist komplett krank oh mein gott oh mein gott ich bin in einer trappe peng ha 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 ah ich finde das lustig leute abendspielen ist einem macht irgendwie mehr spaß also nach dem sport spielen inzwischen what i thought we party hä oh man wir machen das jetzt let's go boys let's go let's go bitte nicht in den store rein ähm scheiße naja ok ja 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 mach was mach was mach was heilung 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 das mit dem jackson gate habe ich mir anders vorgestellt oh doch ne jetzt bin ich da leute jetzt können wir richtig gas geben jetzt bin ich da jetzt bin ich da jetzt bin ich da jetzt bin ich da ne rechner und scheiß auf jenna alter brand mein freund ja ok ich habe ihn nicht mal gesehen das war der hidden blind kill steel maker ach geil noch geld bekommen ich glaube das hätte ich leider so bekommen oh moin pass auf outplay leute ich ult da drauf und dann mach ich bam bam komm ja outplayed son ich hätte ja lust so ne oh nice af geleerung shave und es gleich da komm go in nee nicht raus in 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 we man das jetzt zur zwei, zwei gegen die welt ja 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 hä, nein hä, viel heal äOM ok ich bin weg UU 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 das ding ist die macht hier hier muss ich hin Uuu um ok Ich bin einfach raus, ist okay. Ich bin einfach raus. Komm, wir sind wieder pro live. Ja, 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 ja. Kommt, ja, das ist okay. Ja, ich glaube, wir haben gewonnen. Das ist okay. Das ist okay. Aber ich habe gesagt, es ist very free. Und very easy. Schönes Game. Ja, wir können jetzt schon mal gucken, ich mindestens alle Honors. Mindestens alle. So, jetzt müssen wir den Honor-Regen auf uns einprasseln lassen. Eins. Zwei. Ja, 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 ja. Eigentlich dachte ich, es ist troll und da kommt gar nichts. Aber, ne? I wanna thank you for your help and trust into my guilds. I wanna also thank my parents. Euro. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020